7 Tipps gegen schwarze Mitesser Kombiniere diese Behandlungen mit der täglichen Reinigungsroutine. Vergiss nicht, dich am Abend abzuschminken. In unserem Beitrag geben wir dir verschiedene Tipps gegen schwarze Mitesser. Wenn sich die Poren der Haut durch eine übermäßige Transpiration der Talgdrüsen verstopfen, oxidieren Talg und Keratin und es treten schwarze Mitesser auf. Das Resultat ist ein unansehliches Hautbild. Jeder kann schwarze Mitesser haben. Diese sammeln sich vor allem im Nasenbereich an und wirken unästhetisch. Sie treten nicht nur bei Akne auf, es handelt sich nämlich um überschüssiges Fett, das sich Z.B. auch durch vermehrtes Schwitzen in den Poren ansammeln kann. Um diese unansehlichen schwarzen Punkte zu entfernen, wird eine Gesichtsreinigung empfohlen. Es gibt dafür verschiedenste Produkte auf dem Markt, die sicher von Nutzen sind. Doch auch natürliche Hausmittel können ausgezeichnete Resultate bringen. Lies deshalb weiter über unsere Tipps gegen schwarze Mitesser. Um schwarze Mitesser zu beseitigen, ist eine gründliche und regelmäßige Reinigung des Gesichts ausschlaggebend. Make-up muss jeden Abend entfernt werden, um die Poren freizuhalten. Was du auf keinen Fall tun solltest ist, das angesammelte Fett herauszupressen, da so Hautschäden entstehen können. Tipps gegen schwarze Mitesser Tipp 1 Joghurtmaske mit Gurke und Petersilie Mixe zwei Löffel Naturjoghurt, mit einem Petersilienzweig und einer halben Gurke im Standmixer, bis eine homogene Paste entsteht. Trage diese auf deine Gesichtshaut auf. Nach ungefähr 15 Minuten Wirkzeit kannst du die Maske mit lauwarmem Wasser abnehmen. Tipp 2 Dampf Erhitze Wasser, um damit ein Gesichtsdampfbad durchzuführen. Beuge deinen Kopf über den Dampf und decke diesen mit einem Handtuch ab. Lasse den Dampf ein paar Minuten wirken und drücke die Zonen mit den schwarzen Mitessern unmittelbar danach sanft, um diese zu entfernen. Durch die Wärme öffnen sich die Poren und die Reinigung ist einfacher. Du kannst Watte für die Reinigung verwenden, damit keine Markierungen im Gesicht zurückbleiben. Tipp 3 Maske mit Gelatine und Milch Gib einen Löffel Milch in einen Behälter und füge einen Löffel geschmacksneutrale Gelatine dazu. Mische beide Zutaten gut und wärme diese 10 Sekunden lang in der Mikrowelle. Danach wird die Maske mit einem Pinsel auf die betroffenen Stellen aufgetragen. Lasse die Maske jetzt 10 Minuten lang trocknen. Danach kannst du sie einfach abziehen. Tipp 4 Zitronenmaske Mische etwas Zitronensaft mit Mandelöl und Glycerin. Trage diese Maske jeden Tag nach dem Abschminken auf und entferne sie anschließend mit lauwarmem Wasser. Tipp 5 Peeling aus Honig und Zimt Mische 4 Teelöffel Honig mit einem Teelöffel Zimtpulver. Trage diese Paste auf die betroffenen Stellen auf. Lasse dieses Peeling die ganze Nacht lang wirken und wende es täglich zwei Wochen lang an. Tipp 6 Haferflockenshake Zerkleinere eine Tasse Haferflocken im Standmixer und füge danach eine halbe Tasse lauwarmes Wasser dazu bis eine homogene Mischung entsteht. Trage diese Maske auf dein Gesicht auf und lasse sie wirken, bis sie vollständig getrocknet ist. Danach mit lauwarmem Wasser und einem sauberen Handtuch abwaschen. Tipp 7 Apfelmaske Halbiere einen Apfel und entferne das Kernhaus. Gib den Apfel, samt Schale, mit einem Löffel Zitronensaft in den Standmixer und püriere diesen. Trage die Maske 10 Minuten lang auf deine Gesichtshaut auf und wasche sie anschließend mit lauwarmem Wasser ab. Wir hoffen, unsere Tipps gegen schwarze Mitesser verhelfen dir zu einem schöneren Hautbild. Bild